Ja, Mario. Ja, hier. Diesen Dub benutzen wir als Abkürzung. Alter, Mario! Mach keinen Scheiss, ey! Der Mario will einfach nicht machen, was ich will, ne? Ja, hier habe ich Raufen ausgenommen. Was passiert hier? Ich will einfach wissen, was hier passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich da doch... Ah, okay. Ja... Nein! 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 Alter, jetzt hatte ich es gehabt. Jetzt weiß ich, was es gemeint ist. Mit dieser Kamera... Nein! Komm schon! Mario! Nein! Nein! Alter, jetzt geht das wieder los! Ja, Mario, komm schon! Geh hier rauf! Ach! Ja, ich muss da oben nichts machen, okay. Au! Ja! Ich werde sterben! Zu 100! Ach, Mann! So! Das hat man nicht sehen! Nein! Alter, du wirst mich... Du wirst mich... Ich füller schon, oder? Nein! HUH! Alter! Der will mich hier richtig füllen! Nein, jetzt muss ich die 80 Münzen... Naah! Ja... Ja, ich muss wieder... Ich glaube, ich muss da wieder rauf. Ja, die Hundminz mache, ich glaube, kein anderes Mal. Ja... Der Jump macht er! Komm schon! Nein, Mario! Mach keinen Scheiß! Danke! Ja... Ja, okay. Nächstes Mal einfach mit den... Ich schon wieder! Ach... Nächstes Mal einfach die... Hohen den Münzen... Also die... Roten Münzen sammeln. Und noch... Alter... Ich wollte gerade sagen, wenn ich schon wieder tot bin... Ah ja... Ich frage mich, wie er mir die Diskotaten schicken will... Eine gute Frage, ich... Ist ja eine gute Frage, oder nicht? Will er... Ich frage mich ein bisschen auf, weil ich... Komm schon, hier muss doch ein Geheimnis sein... Was ist das denn? Alter... ... Ah, so... Machen wir mal. Ah, da oben noch einen... Ja... ... Nein, ich glaube da ist keiner. Warte ich jetzt. Zwei, drei, nein zwei. Der hält da noch. Kann man nicht den nicht drüberspringen irgendwie? Ja, ja, ist das Heilding. Ich muss doch einen Film von denen finden. Wenn ich die Kamera mal mitmachen würde. Alter! Das war ein bisschen assi. Hier. Hier runter, ne oder? Ist ein bisschen blöd mit dieser Kamera doch hier. Drei habe ich. Ich will jetzt hier keinen Scheiß bauen. Ich will wirklich keinen Scheiß bauen. Nein! Mario! Aber das habe ich gesehen. Ich finde es noch lustig mehr. Nein, 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 nein. Hier ist Pera. Hi Pupenero! Auch hier? Es waren alle hier irgendwie. Na, was willst du? Mein größter Fan. Sie! Fliegen! Ja! Ich fliege nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Aua! Was willst du denn wieder von mir? Was willst du denn wieder von mir? Und der Scheiß wieder? Aua! Ich glaube, ich möchte jetzt mehrmals an. Das war so dumm. Ich weiß nicht. Wo muss ich jetzt noch runterfallen? Wo muss ich jetzt noch runterfallen? Ähm, Mario? Mario? Was soll das denn? Okay, Mario. Du schaffst erst. Weiss ich aber nicht. Wie muss ich runterfallen? Alter, ich will. Ich glaube hier nicht. Ist hier richtig? Ja, es war richtig gewesen. Es wäre richtig gewesen. Irgendwann so. Wie komm ich da drauf? Kann ich hier nicht eine Abkürzung nehmen? Nein, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Was? Vorne links, rechts über den Horizont. Dann die vertikale Winkelgeschwindigkeit. Ich bin genau so einer, den man in den Chat nicht haben will. Ich gebe dir gleich vorne links. Das rechts ist okay, aber vorne links gebe ich dir nachher. Was? Was? Moment mal. Was? Okay, Wasserfall. Ja, Wasserfall. Ja, Wasserfall, genau. Kann ich nochmal rüberspringen über ihn? Es geht irgendwie schon. Oh, Mann. Nein, Mario, jetzt hör auf. Kann ich nicht schon irgendwie hier rüber, ne? Uh. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich da kommen soll. Irgendwie? Ja, das ist das hier. Ja, kannst du noch behinderter sein? Ich weiß nicht, ob es so geht. Oh mein Gott, es geht. Nein, ja, jetzt weiß ich nicht, ob es andere ist. Ich glaube, hier, oder? Und der Schöne ist? Ja, hinten. Ernsthaft? Okay, ja, den hole ich mir jetzt noch. Ich glaube, die Hundemänze mache ich ein anderes Mal. Ich habe keine Nähe, um jetzt noch in diesem Level zu bleiben. Jetzt kann ich wieder hinten dran tun, oder? Ich weiß. Der Schöne ist nicht so weit. Ich weiß, den auch nur für Sie. Was? Und wo ist das, oder? Ich glaube, das ist das, oder? Ich bin lHubRO-Bitun. bis dahin, oder? Nein, ich bin mal. Ich bin ohne los, laughter. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach nein. Doch, da fehlt mir noch etwas. Ach ja, das Dach. Ich versuch's mal. Einmal. Ich glaube das Dach fehlt mir noch, oder? Ja, genau. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ja, ich muss ja hier den Boss besiegen, irgendwie. Ja, den ist der Boss. Ja, den muss ich besiegen. Ein oder zwei Mal. Dreimal, okay. Und dann kommt der Stern. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich hier raufkomme. Wie komme ich hier rauf? Gibt es hier eine Dingbox? Mit dieser Box sicher nicht. Ach, komm schon. Wollte ich nicht? Alter, komm schon. Wollte ich auch nicht. Irgendwo muss doch hier was... Aha. Ähm. Ach so, er hat mir so über die Worte geschickt. Jetzt so comprende. Gibt es? Kann ich das? Moment bitte. Moment, Moment. Doch. Geht irgendwie gerade nicht, ne? Nein, das will ich nicht. Wieso, macht mir das da... Ach, Mann. Moment bitte. Wenn ich jetzt hier wechsle, was... Nein, es ist halt von oben. Ach, Mann. Ähm. Ach, er hat es mir hergeschrieben. Okay. Ach, hier hat mir... Okay. Alter, wie geht das nicht? Wieso geht das nicht? Jetzt gehts. So, den Disco muss ich mir auch noch merken. So. 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 Das muss ich mich merken. Jetzt frage ich mich mal, wie komme ich auf das verdammte Dach? Ich weiß es nicht, wie komme ich auf das Dach? Nein. Wenn du unsichtbar denkst, kann ich durch die Wand, ja. Aber... Wie komme ich hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie gut. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.